Wann eigentlich die Letzten, die so rausgekommen sind? Ich mein Tracer? Ja, ähm... Zuldan ist ein CD? Rausgekommen? Medivh? Medivh ist ja so ein halber Supporter, ne? Ja. Aber wen noch? Wer bist du noch rausgekommen in letzter Zeit? Ja, Xul. Xul, wenn man so will, ne? Chromi, Xul. Ming? Tanks gekommen eigentlich. Was denn? Was für Tanks sind gekommen. Zuletzt glaube ich Athanis, ne? Oder? Echt? So lange schon? Ne, kann danach nicht noch? Hier, Ashikaka? Stimmt, DHK, ja. Ja, ja. Sehr gut, stimmt. Ich helf dir in meiner Nasebuffs. Ja, ich mach hier Frösche New Meter plus Experimente. Plus was? Ja, ich, ich, äh... Du könntest... Du könntest das mit Gathering Power verbinden. Ja, hab ich vor. Hab ich vor! Das ist meine Predis-Gedung bei dem. Ich bin übrigens sehr schlecht mit Tracer. Mir ist die Snashopper vorher... Mach nix! ...gesagt haben. Okay, ich wurde gerade gerackt. Oh. Carol is in Illidan... Illidan wins? No. Ah... Ah! Ah! Der wird real good! Geht hin und erobert die Altäre. Ne, halt mir den anderen Dude vom Live bitte. Ah. Okay, der kommt gar nicht. Wien, wien! Scheiße. Tutengräber, Rutebeschuss. Tut allen, die dem Tutengräber dienen, doch du gehst. Ich geh wieder bot. Ja, oder auch nicht. Ich geh auf jeden Fall nicht in, wo ein Moki ist. Oh, ein Kill. Der Moki bleibt doch einfach am Illidan stehen. Egal. Egal. Ich bin zur Größe. Ich bin berühmter. Ich spürte mich. Ich bin in einer eigenen Ugandan. Und zu dem Glück. Das ist eine kleine Tiefsage. Ich bin hier. Ich spreche nicht. Tut zu viel. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Steppe. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Lass die Zitade in den Grundfesten einigen. Die Zitade in den Grundfesten wurden. Die Zitade in den Grundfesten der Wandel. Die Zitade in den Grundfesten ist sehr gut geholpen. Ich bin gerade erwischt Wir haben sie im Griff Wir haben sie in der Köln Widerspruch Wir werden die Händen Die Alterschauen Bald Probeigert Ein Dirnd Ein bisschen gemein Ja Moral ist der Krügelchland Spürt den Hass! Spürt den Hass! Easy! Kameras im Halt! Spürt den Hass! 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 Die drei haben alle fünf Kills. Wir sind hier auch Tick, Trick und Trick. Ich hab die ganze Zeit hier ein 1 gegen 5 gemacht, haha. Lol. Ah, nice. Das ist die unten abfahren. Mal gucken wer was mehr macht. Morales Heal oder Tracer Damage? Ja ok, Eigenspon. Erzählt nicht. Was für Opfers. Die Geister sind einverstanden. Dieser lästige Totengräber hat einen Ton auf den Platz. Ah, ein Fisch. Da hab ich die Wolle aber ganz schön rausgekriegt. Es scheint, dass er es nicht gesehen hat. Da hab ich die Wolle aber ganz schön rausgekriegt. Es scheint, dass er es nicht gesehen hat. Das ist absolut OP, Alter. Pass. Mit den Fröschen. Die One-hitten einen einfach. Wenn die dich treffen. Was macht denn Moki da? Was macht denn Moki da? Hinten hier? Passt durchnoten. Puschen? Nein, das ist egal. Das ist Ewin. Also knappe Runde, Leute, ne. Das kriegen wir auch besser hin. Karasim war halt. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr nicht Karasim gespielt hättet, sondern Leoric, dann wär das deutlich besser gelaufen. Diesmal war die Qualitätsscheiße.